Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen im Jahre 2022. Ja, ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen, seid gut reingerutscht und habt heute am 1. Januar ein wenig Lust und Zeit mit mir, ja, in Bücher, Statistiken im Jahresrückblick ein bisschen zu wühlen und zu sehen, wie das Jahr so, ja, zumindest buchtechnisch gelaufen ist. Für mich war 2021 ja kein sehr einfaches Jahr und ich bin ganz froh, dass es irgendwie vorbei ist, auch wenn natürlich der Schmerz nicht aufhört, weil wir jetzt eine Datumsgrenze irgendwie, ja, beendet haben oder sich verändert hat oder wir überschritten haben oder wie auch immer. Aber buchtechnisch, ich habe hier zwei DIN A4 Blätter liegen, lief es tatsächlich relativ gut und ich war sehr erschrocken. Also ich war, ja, bei einigen Zahlen ganz schön entsetzt, positiv und dann auch verwundert und ich frage mich tatsächlich, Steffi, wie hast du das eigentlich gemacht? Ja, es gab ja bereits meine Jahreshighlights im Adventskalender, über die werde ich hier tatsächlich nicht im Detail sprechen. Es gab auch schon meinen Serien- und Filmrückblick und es gab auch schon den Hörbuchrückblick. Ich packe beide Videos unten in die Infobox und auch die Playlist zum, ja, Jahreshighlights-Adventskalender. Da werden sich jetzt demnächst dann auch die Thumbnails verändern, einfach, dass man dann mit einem Blick sieht, um welches Buch es gehen wird. Aber für den Adventskalender sollte natürlich so ein bisschen der Überraschungsmoment sein. Ich kann sagen, er hat echt wieder Spaß gemacht. Also es kostet natürlich Zeit und Arbeit, aber das ist wirklich was, wenn man sich so im November hinsetzt, sich Gedanken macht über die Highlights, macht das sehr viel Spaß. Ich bin auch jemand, der gerne reflektiert, der sich gerne bewusst zum Jahresende hinsetzt, in einigen Lebensbereichen ansieht. Wie war das Jahr? Was möchte ich vielleicht anders, besser machen? Was möchte ich weglassen? Und so weiter. Und so ist es auch ein bisschen, ja, jetzt hier bei der Statistik. Wir werden hier auf jeden Fall ein bisschen über die Flops sprechen, auch über Re-Reads, die ich, ja, absolut gefeiert habe. Dann habe ich auch ein bisschen Vorsätze, Ziele da. Also zum einen, wie liefen die Vorsätze für 2021 und welche Ideen habe ich sozusagen auch ein bisschen dann für das Neujahr. Aber ich möchte gerne ein bisschen mit Statistik anfangen. Ich bin in vielen Bereichen ein, ja, Zahlenmädchen. Ich bin zwar schon ein großer Freigeist und muss mich hier auch wirklich unterjährig immer so dazu antreiben, diese Statistik zu führen, weil das natürlich erst im November anzufangen wäre eine Horrorvorstellung für mich. Also bei mir ist das wirklich so, so einmal in der Woche gucke ich neue Zugänge, ich schreibe mir das ein, ich mache einen Monatsabschnitt, wie viel gelesen, wie viel eingezogen, was Highlights und so weiter. Und ich habe einiges Spannendes auch hier mit dabei, über das ich dann sprechen möchte. Und jetzt habe ich hier schon, ich glaube, drei Minuten gequatscht. Wir fangen einfach mal an. Und zwar mit der Zahl, ja, die mich tatsächlich so ein bisschen erschrocken hat. Nämlich über die gelesenen Bücher, über die gelesenen Geschichten. Denn nicht alles ist ja ein echtes haptisches Buch. Zu der Trennung komme ich dann auch noch. Ich habe 185 Geschichten gelesen. Ja, 185. Ich war wirklich erschüttert. Natürlich gibt es da auch einige Bücher, die ich abgebrochen habe. Dazu, glaube ich, komme ich dann irgendwie später. Das kommt, glaube ich, weiter hinten. Aber, ja, es sind 185 Geschichten, die ich gelesen habe. Und davon habe ich 18 abgebrochen. Also man kann nicht mal sagen, dass sehr viele abgebrochene Geschichten waren. Theoretisch müsste man die 18 jetzt von der 185 abziehen. Also sind wir dann bei 167, die ich gelesen habe. Ja, also ich musste diese Zahl erst mal sacken lassen. Ich finde sie auch jetzt noch wirklich verrückt. Es waren 84 haptische Bücher. Es waren 49 E-Books und 52 Hörbücher. Was im Groben tatsächlich 50-50 ergibt. Also ich sage jetzt mal, die echten Bücher haben 45% ergeben und die digitalen Bücher dann 55%. Dementsprechend, ja, finde ich das tatsächlich ein ganz guter Schnitt. Das ist ja auch so mein Vorsatz, mein Gedanke, so ein bisschen 50-50, ja, das zu handhaben. Eigentlich, und da kommen wir dann fast schon zu einem Ziel, für 2022 würde ich gern tatsächlich das haptische Buch noch ein bisschen nach unten fahren. Die stärksten Monate mit je 20 Büchern waren Januar, Juni und Juli. Das bedeutet im Grunde, alle Monate mit einem J waren Erfolge. Das finde ich sehr gut. Der schlechteste Monat, und das zieht sich ein bisschen durch die Statistik, bis auf im einen Bereich war der März. Und das war ja auch der Monat, in dem meine Mama gestorben ist. Und ja, da war mit Lesen nicht sehr viel. Ich glaube, da habe ich dann auch drei Hörbücher oder so gehört. Ja, also das war mir eigentlich ganz klar. Im Durchschnitt bedeuten die 185 gelesenen Geschichten 15 Bücher pro Monat. Also, ja, also es ist, ich finde das wirklich eine Menge. Und ich, also versteht mich nicht falsch, ne, ich weiß natürlich, ich lese viel. Ich habe viel Zeit dafür, ich priorisiere das Lesen bei mir. Ich mache neben Serien und Filme ja auch nicht, also so viel anderes, ne, was an zeitintensiven Hobbys. Ich habe auch keine Kinder, ne, ich meine ganz klar. Aber ich fand 185 schon ein bisschen, ja. Ja, zu der Sterneverteilung, da kann ich sagen, ich habe im Durchschnitt 3,8 Sterne vergeben. Ich habe 62 Bücher mit 5 Sternen versehen, 63 Bücher mit 4 Sternen. 38 haben noch 3 Sterne bekommen. 2 Sterne waren dann nur 4 Bücher. Das sind eher dann so Flops und Enttäuschungen. Und 18 Bücher, das sind eben auch die, die ich abgebrochen habe. Die bekommen bei mir einen Stern, weil ich sie irgendwie mit einem Stern versehen möchte. Und so kommen wir dann beim stärksten Monat. Das war der März. Und das wundert mich nicht, weil ich da, ja, auch 2 oder 3 Bücher eben gereadet habe, die ich gefeiert habe. Und dementsprechend haben die natürlich 5 Sterne bekommen. Und, ja, da hatte ich 5, 5 Sterne Bücher. Und da komme ich auf 4,3 Sterne. Was natürlich auch bei 8 Büchern nicht so schwer ist, wenn man dann 5 Highlights hat. Was in einem anderen Monat mit 20 Büchern dann wieder anders ausgesehen hätte. Aber, ja. Und der schwächste Monat war der Oktober. Da gab es nur 2,7 Sterne. Was, glaube ich, auch einfach daran lag, dass ich da auch wirklich ein bisschen was abgebrochen habe. Was dann natürlich mit einem Stern, ja, auch fatal ist. Aber, ja, das ist auch so der Ausnahmemonat, glaube ich, wo der März gut abschneidet. Sonst ist er da immer so ein bisschen eher der Schwächere. Dann habe ich auch ein bisschen nach Genre sortiert. Und ich habe 18% im Fantasy-Bereich gelesen. Ich habe 17% Sachbücher gelesen. Und 16% gingen an Jugendbuch und Roman. Ich habe auch Historisches gelesen. Ein bisschen was Horror. Es gab auch zwei Krimis. Ich habe einiges an Liebesromanen, Wohlfühlromanen gelesen. Und auch Striller waren dabei. Ein bisschen relativ wenig Science-Fiction. Tatsächlich nur 3%. Also nur 5 Bücher. Das fand ich persönlich ein bisschen wenig. Aber man sieht hier schon, dass die Fantasy einfach mein Lieblingsgenre ist, zu dem ich immer wieder greife. Und dann eben auch das Sachbuch immer etwas ist, wo ich tatsächlich auch 32 Bücher gelesen habe. Also tatsächlich schon eine ganze Menge. Also wirklich ja so zwischen zwei und drei Büchern pro Monat. Das finde ich tatsächlich ganz schön. Da wäre auf jeden Fall der Vorsatz, das auch ein bisschen auszubauen. Und ja, das hat mir gut gefallen. Insgesamt habe ich 65.265 Seiten gelesen. Ja, ich weiß, es gibt da auch immer mal eine Diskussion. Darf man gehörte Bücher in seine gelesenen Seiten zählen? Ich mache das so. Ich schaue mir an, wie viele Seiten hat das Buch, das ich höre und trage die Seiten genauso ein. Und ja, dementsprechend zählt bei mir auch ein Hörbuch als gelesen dazu. Und das war natürlich auch eine wahnsinnige Zahl. 65.265. Großartig. Der stärkste Monat hier ist der Monat Mai, was ja im Grunde eine Diskrepanz ist. Eigentlich zu den stärksten Büchermonaten. Da sieht man mal, dass Buch allein eben nichts aussagt, sondern dann natürlich auch die Dicke der Bücher etwas sagt. Denn wir sind hier beim Mai mit 7.120 Seiten. Das ist echt irre. Ich glaube, ich hatte noch einen Monat, der auch über 7.000 war. Das könnte dann tatsächlich der Juni gewesen sein. Am schwesten ist der März, klar, bei 8 Büchern und auch der einen oder anderen kürzeren Geschichte, da war ich dann mit etwas über 2.070 dabei. Und im Durchschnitt, wenn man dann die 65.000 pro Tag rechnet, komme ich auf 179 Seiten am Tag. Und ja, das ist tatsächlich schon, wenn ich bewusst ein bisschen darauf achte, hätte ich so vom Gefühl gesagt, ich habe so 150 Seiten am Tag. Aber es gibt natürlich auch Tage, wo man definitiv mehr liest an einem Wochenende oder auch im Urlaub. Und das kann man natürlich durchschnittlich nicht ganz so rechnen. Aber ja, eine ganze Menge. Also muss ich wirklich sagen, ich bin immer noch so ein bisschen sprachlos über diese Zahl. Zu den 185 gelesenen Büchern stehen im Gegenzug dann 217 Neuzugänge. Also es sind mehr Bücher eingezogen, als ich gelesen habe, was meinem Subabbau nicht gerade zuträglich war. Es sind 53% Bücher, haptische Bücher eingezogen und 25% E-Books und 22% Hörbücher. Also auch hier ein bisschen umgedreht, aber auch grob ein 50-50, was es bei den Neuzugängen angeht. Und das finde ich tatsächlich ganz schön. Und ich fand es auch schön zu sehen, dass es dann bei den digitalen Büchern E-Book und Hörbuch eben auch fast ein 50-50 war. Das fand ich richtig gut. Ja, der meistgekaufte Monat ist der Januar gewesen. Da sind 23 Bücher bei mir eingezogen, was glaube ich auch einfach an den Weihnachtsgutschein lag und an meinem Geburtstag, der im Januar immer so ein bisschen reinknallt. Und der schwächste Monat war der Oktober, da habe ich nur 14 Bücher gekauft. Und ja, es sind definitiv mehr Bücher bei mir eingezogen, als ich gelesen habe. 17 und 15 sind 32, ja, also 32 Bücher mehr, als ich gelesen habe. Ja, das ist ein bisschen schade. Aber ja, also auch diese Vorstellung, wenn man jetzt diese 200 Bücher komplett in haptischer Form hätte, die hier stünden, ähm, das ist eine wahnsinnige Vorstellung. Also, ja, ha, wirklich verrückt. Ähm, ja, 33% meiner gelesenen Bücher waren Highlights, denen ich 5 Sterne vergeben habe. 4% waren Flops und 10% dann eben knapp diese 18 Bücher, die ich abgebrochen habe. Ist fast ein bisschen schade, also dass man wirklich 14% so ein bisschen Flop-Bücher hat. Man rechnet ja nicht damit, dass man ein Buch abbricht. Bei den Flops ist es ja noch so, man hat eine gewisse Erwartungshaltung, ähm, die nicht erfüllt wird. Ähm, das sieht man dann auch, wenn ich zu den Flops Enttäuschungen des Jahres komme. Bei Abgebrochen, das ist natürlich schon immer, ähm, so ein Schritt, den ich gehe. Und ich habe auch überhaupt kein Problem, ein Buch abzubrechen, wenn mich das nicht bis zu einem Drittel oder 100 Seiten bis zu einem Drittel begeistern kann. Ähm, äh, da bin ich wirklich schmerzfrei. Also das kann ich ohne irgendwie ein schlechtes Gewissen. Und deswegen sage ich, man könnte jetzt die 18 Bücher natürlich von den 185 auch noch abziehen. Ähm, ja, trotzdem hätte man, ja, noch eine relativ große Anzahl an gelesenen Büchern oder auch gehört. Also, ja, finde ich ganz okay. Ähm, ein Drittel Highlights finde ich ganz schön. Ähm, ich glaube, ich hätte gern ein bisschen mehr Highlights. Wobei, dann füllt sich natürlich auch das Highlight-Regal. Alles Vor- und Nachteile. Ha, nie so einfach. Ich habe, ähm, 14 Wälzer gelesen. Wälzer sind bei mir, ähm, über 600 Seiten. Was ja dann auch irgendwie, äh, knapp 8% sind. Äh, und, äh, das finde ich auch ein bisschen wenig. Wobei, wenn man dann zu den Reihen kommt, dass ich, ähm, ja, 37% Reihen gelesen habe. Also ein Buch einer Reihe. Ähm, das könnte man dann natürlich auch wieder mit einem Wälzer vergleichen. Und das Schöne ist, ich habe 18% meiner Bücher waren, ähm, ja, Reihenabschlüsse. Also, natürlich gab es vielleicht in diesem Jahr dann auch den Abschluss. Das kann man nicht ganz so in Relation setzen, das Buch einer Reihe. Also, ne, ähm, aber fand ich ganz spannend zu sehen, ähm, dass tatsächlich nur 37% ein Buch einer Reihe ist. Ähm, während ja dann, ähm, ja, die, die, die 63% ähm, eben Einzelbücher sind. Das fand ich ganz spannend, ähm, mal zu sehen. Deswegen habe ich es mir auch einfach mal notiert. Ähm, dann habe ich einen Vergleich gemacht zwischen Autorin und Autor. Ähm, tatsächlich, ähm, da war ich auch sehr überrascht. Das habe ich schon im Jahr jetzt immer mal beobachtet. Ähm, und zwar habe ich 64% Autorinnen gelesen und 36% Autorin. Ähm, ich komme hier nicht ganz auf die 185, ähm, was ich gelesen habe, weil es ja auch Bücher gibt, die, äh, zwei Autoren hat. Also, wenn ich an Amy Kaufman und Jake Christoph denke, dann zählt natürlich dieses Buch irgendwie doppelt. Ich kann ja nicht nur einen halben Punkt vergeben. Ähm, aber ich, ich, ja, das ändert ja theoretisch. Könnte ich es auch komplett leer lassen. Dann komme ich auf selbe prozentuale Ergebnisse hin. Aber, ja, fand ich sehr spannend. Ich hätte da eher ausgeglichener mitgerechnet. Ähm, war dann doch ganz fasziniert, dass fast zwei Drittel meiner Bücher von Autorinnen kommt. Also, das fand ich wirklich, äh, überraschend positiv. Wobei mir theoretisch tatsächlich egal ist, ähm, ähm, von wem das Buch ist. Also, da lege ich jetzt keinen besonderen Wert drauf. Aber ich fand das mal ganz spannend, ähm, das einfach in diesem Jahr mitzuführen. Und, äh, fände da auch mal spannend, äh, wie ihr das so seht. Ähm, ob ihr darauf achtet, ob ihr ganz gezielt vielleicht mehr zu Autorinnen oder Autoren greift. Ähm, ja, das fände ich auf jeden Fall interessant. Ähm, ich hatte zwölf Rereads, was jetzt so gar nicht, äh, schlecht ist. Vor allem, wenn man denkt, dass sieben Bücher davon ja schon die Harry Potter Reihe sind. Ähm, und ich hatte, und das ist tatsächlich relativ schwach, nur vier Stephen King Bücher dieses Jahr. Also, zwei seiner neun Werke, ähm, dann ein Reread und, ähm, ja, die Kurzgeschichtensammlung, die ich gelesen habe. Also, sehr, sehr schwach. Ähm, es gibt noch einige, die ich auf dem SUB habe und auch einige, die ich auf der Wunschliste habe. Dementsprechend, da möchte ich im nächsten Jahr auf jeden Fall ein bisschen mehr lesen. Der SUB ist laut Lovely Books jetzt so Ende Dezember 96 Bücher hoch. Zum Glück noch zweistellig. Äh, bei 100 ist ja so der Moment, wo ich denke, ach, ja, es wäre eigentlich schon ganz gut, wenn du da drunter bleibst. Ähm, Ende 2020 waren es 84 Bücher. Also, es sind tatsächlich zwölf Bücher dazugekommen. Jetzt ist natürlich wieder die Frage, wieso sind denn da, obwohl 30 Bücher mehr eingezogen sind und so weiter. Ähm, da muss man natürlich sagen, dass ich manchmal auch SUB-Bücher so anlese, 50 Seiten, drei Kapitel und merke, die gefallen mir nicht. Und ich die abbreche, ohne sie hier aufzuschreiben. Also, für mich zählt dann ein gelesenes Buch tatsächlich mit diesem bewussten Akt, nach einem Drittel, ich breche es jetzt ab, wenn ich ein Buch anlese oder auch nach zwei Jahren merke, oh, der Klappentext spricht mich nicht mehr an, dann taucht das nicht in der Statistik auf, sondern verschwindet einfach. Also, vielleicht müsste man das auch irgendwo notieren, äh, Bücher, die man so via Trial Chapter angelesen hat, äh, die tauchen bei mir eben hier nicht auf. Also, ähm, das merkt man immer mal bei der Rache des SUB, da sag ich das oftmals in den Videos, oh, hab ich angelesen, hat mir nicht gefallen oder, hm, hat mich nicht mehr angesprochen, ähm, flog dann im Grunde raus. Oft ist das ja auch bei so eher SUB-Leichen tatsächlich der Fall, ähm, aber deswegen so die Diskrepanz. Aber wir sind unter 100, na, das ist natürlich schon echt, ha, ne ganze Menge, 96 Bücher. Also, mein Vorsatz war ja, glaube ich, auf, ähm, 50 runterzukommen. Ja, da würde ich sagen, kläglich gescheitert, ähm, das hat nicht geklappt, ähm, aber es wird definitiv ein Vorsatz fürs neue Jahr. Ähm, ja, zu den Highlights, habe ich schon erzählt, dass es, ähm, den ganzen Dezember über, ja, den Adventskalender mit den Highlight-Büchern gibt, die verlinke ich euch auch unten in der Infobox. Kommen wir ein bisschen zu den Flops und Enttäuschungen und das sind nicht automatisch Bücher, die ich abgebrochen habe, wie das erste Buch zeigt. Das ist nämlich die Mitternachtsbibliothek von Matt Haig und ich weiß, dass das viele gefeiert haben, viele toll fanden. Ich habe eine ganz andere Erwartung an dieses Buch gehabt, an diese Protagonistin, die sich umbringt, in dieser Mitternachtsbibliothek landet, ähm, und dann in jedem Schub oder in jedem Buch im Grunde eine Variable ihrer Lebensgeschichte enthält. Und mir hat das einfach nicht gefallen. Mir hat nicht gezeigt, mir hat nicht gefallen, wie die Depression gezeigt wurde, mir hat die Protagonistin nicht zugesagt, mir hat diese Springen in die Vergangenheit nicht gefallen, ähm, auch ihre Reaktion dazu nicht. Ich fand es irgendwie okay, aber es war so ein geplantes Highlight in meinem Kopf und ich war dann tatsächlich irgendwie enttäuscht. Jeder, der es gefeiert hat, freue ich mich sehr darüber. Ich gebe Matt Haig mit dem Buch, was nächstes Jahr kommt, auf jeden Fall, oder jetzt dieses Jahr kommt, auf jeden Fall eine Chance. Aber, ja, meins war es leider nicht. Von Kelly Moran kam Kissing in the Rain. Das ist ja die Autorin der Redwood Love Reihe, die ich sehr, sehr gerne mochte. Das Buch habe ich dann tatsächlich abgebrochen. Das war überhaupt nichts für mich. Ich mochte die Familie nicht. Ich mochte dieses, äh, aus Freunden wird ein vielleicht scheinbar, wir spielen ein Paar Geschichte nicht, ähm, auch dieses Best, Best Friend to Lover, das ist irgendwie nicht meine Geschichte. Ich, ich mag das tatsächlich nicht. Und ich habe hier mir wirklich schwer getan mit dieser Familie, die wohl auch inspiriert ist von ihrer eigenen, die so gemeine, bösartige Familienmitglieder hatte. Also das war, ach, das war leider nichts. Dann habe ich auch, ähm, abgebrochen von Julie Cohen, Das geheime Glück. Da habe ich ja im letzten Jahr die Andere Welt sehr gefeiert, steht auch im Highlight-Regal und ich wollte dieses Buch lesen. Und das ist eine Geschichte, die rückwärts erzählt wird. Also wir wissen eigentlich schon, wie es ausgeht. Und gehen dann rückwärts, wiederum mit Vorwärtsblenden. Und, ähm, eine liebe Freundin von mir hat das sehr gefeiert. Ich fand das richtig toll. Mir hat das nicht gefallen. Mir hat schon das Ende nicht gefallen. Dann die Idee, dass ich weiß, wie das im Grunde endet, wo es hinführt. Und mir hat dieser Rückwärtsgang nicht gefallen. Und ich habe mich dann auch mal gespoilert, als ich es abgebrochen hatte, in welche Richtung es geht. Und das fand ich dann, also da war ich froh, dass ich es nicht weiter gelesen habe. Sehr, sehr schade. Aber ich werde der Autorin auf jeden Fall noch eine Chance geben, weil jetzt steht es ja 50-50, Highlight und Flop. Und, ähm, ja. Ich glaube, über Grave von Tracy Wolf muss ich gar nichts mehr sagen. Ähm, das haben wir ja im Hörgenuss gelesen und es wurde ein Hörverdruss. Ich habe es nicht, wie die anderen Mädels, bis zum Ende gelesen. Ähm, ich fand es eine Katastrophe. Also für mich war das nichts. Also, ähm, ja. Ja. Also es war gefühlt, in meiner Erinnerung, oder wie ich mich an Twilight erinnere, war es noch schlimmer. Äh, war ich auch mit Grace, dieser Protagonistin, überhaupt nicht zurechtkomme, die ihre Eltern sterben. Sie kommt in den Internat, das ihrem Onkel gehört. Da gehen mysteriöse Dinge vor. Es gibt irgendeinen Typen, der ihr sagt, du, ich bin eigentlich böse und du solltest mich nicht mögen. Aber eigentlich ist er gar nicht so ein Bad Boy. Also ich stelle mir unter einem Bad Boy auf jeden Fall was anderes vor. Ich fand auch Edward nie in einem klassischen Bad Boy, aber das ist auch nochmal eine andere Geschichte. Ähm, ich fand es unfassbar langweilig. Ich fand, es hat keine Atmosphäre, eine strunzdoofe, emotionslose Protagonistin. Und ich konnte auch einfach nicht darüber hinweg, dass das ein Jugendbuch ist, was dann irgendwie so ein merkwürdiges Frauen-Mädchenbild, Beziehungsbild darstellt. Ich, ähm, meins war es nicht. Aber jedem, der das gefeiert hat, freue ich mich. Also ich, man muss natürlich immer sagen, Geschmäcker sind einfach verschieden. Und wovon der eine schwärmt und der andere es überhaupt nicht gut findet, das hat gar nichts damit zu tun. Also Paddy hat das ja als Jahreshighlight besprochen und die hat mich ja auch angeschwärmt sozusagen. Und das steht nicht zwischen Paddy und Bier. Also das, ja, man kann unterschiedlicher Meinung sein. Und ich glaube, das erlebt ihr bei den Kingsianern ja durchaus öfter. Ähm, deswegen, ähm, ja, kann man trotzdem ganz respektvoll und nett miteinander umgehen. Und, ähm, ja, wenn ihr das Buch feiert oder eins dieser Bücher, dann freue ich mich. Aber meins war es nicht. Ähm, ja, Drive Me Crazy von Beth O'Leary habe ich tatsächlich abgebrochen. Nachdem die beiden anderen Bücher hier stehen und Highlights waren, ähm, hatte ich wahrscheinlich zu Beginn zumindest eine andere Erwartungshaltung. Wusste dann schon von Ruth, dass man mit einer ganz anderen Erwartungshaltung eigentlich an dieses Buch heran muss. Dass es nichts Locker-Leichtes ist, dass es keine so richtig klassische Liebes-Freundschaftsgeschichte irgendwie hat. Und diese Geschichte, ich, ich bin nicht reingekommen. Also ich habe, ach, dieses Zusammenspiel in diesem kleinen Auto auf dem Weg zu einer Hochzeit nicht so richtig nachvollziehen können. Auch, dass die ihre Beziehung nach zwei Jahren noch nicht aufgearbeitet haben. Äh, dass das so viel noch Ungesagtes auch irgendwie ist. Und ich, ich, ich habe das irgendwie nach einem Drittel abgebrochen. Und dann auch eine Enttäuschung, obwohl es schon ein gutes Buch war. Ja, ist, äh, der dritte Teil von Casa Dimm von Julia Dippel. Der Abschluss der Reihe, die ich ja sehr, sehr, sehr gefeiert habe. Also Band 1, ein überraschendes Jugend-Fantasy-Highlight für mich. Band 2, noch besser mit einem gemeinen Cliffhanger. Und ich habe mich mega gefreut auf den dritten Teil. Habe es dann auch gehört und ich habe es auch beendet. Und, ja, also ich bin sehr hin und her gerissen, ähm, wie man im Grunde sowas dann auch beurteilt. Weil ich einfach mit dem letzten Viertel und besonders dem Ende einfach überhaupt nicht d'accord gehe. Ich das überhaupt nicht gut finde. Ich das so schade finde, wie diese Geschichte ihr Ende gefunden habt. Und ich nicht begeistert bin von diesem Ende. Und mir das ein bisschen die Reihe kaputt macht. Also ähnlich, vielleicht vergleichbar auch mit, ähm, ja, wobei das könnte jetzt ein Spoiler irgendwie sein für die Reihe. Das möchte ich nicht. Äh, dementsprechend vielleicht vergleichbar mit, wo viele bei Game of Thrones sagen, die achte Staffel hat ihn viel kaputt gemacht. Ganz egal, wie es geendet hat. Es spricht ja keiner über das Ende eigentlich von Game of Thrones, sondern nur, wie schrecklich diese achte Staffel war. Und, ähm, mit dem Ende kann man mitgehen oder nicht. Ich fand das Ende tatsächlich gut, aber die achte Staffel schlecht. Und so ähnlich ist es bei Casa Dimm 3, ähm, dass ich die Reihe gefeiert habe, dass ich auch den dritten Teil richtig gut fand. Also schreib, schreiben kann Julia Dippe. Sie kann Spannung erzeugen, tolle Charaktere, spannende Wendungen. Aber das Ende, nein, das war absolut nicht meins. Und, ähm, ich hab jetzt schon gesehen, dass sich auch hier ein bisschen die Geister scheiden, ähm, dass das viele wirklich feiern und ein tolles Ende finden und mutig finden und so weiter. Ähm, pah, meins war's nicht. Ja, dementsprechend war das eben dann irgendwie auch so eine Enttäuschung. Also nicht abgebrochen, aber eben irgendwo ein Flop. Dann gab es zwei Rereads, die ich gehighlighted habe. Zum einen, ja, Harry Potter. Absolut. Ich hab die Reihe im März angefangen, um so ein bisschen Ablenkung zu finden, um mich zu Hause zu fühlen. Und das schafft Harry Potter immer wieder. Und ich hab es jetzt, ähm, ja, auch beendet im Dezember, den siebten Teil. Ähm, es ist gesprochen von Rufus Beck. Ich höre ihn super gerne. Ich mag die Vertonung. Ich hab beim vierten Band auch ein bisschen in die illustrierte Ausgabe, die hier oben irgendwo steht, da, ähm, reingeblättert. Ähm, mir hat es super viel Spaß gemacht. Also ich freue mich jetzt schon, wenn irgendwann die fünfte Ausgabe illustriert kommt. Ich lieb Äugle mit der Mina Lima Ausgabe vom ersten Band, die wunderschön ist. Aber wie viele erste Bände braucht man? Da oben steht, äh, eine englische Gryffindor-Ausgabe. Auch vom englischen ersten Band. Ähm, aber ich, ich feiere das sehr. Also ich liebe Harry Potter und ich liebe die Welt, die da erschaffen wurde. Und mir hat das Hörbuch oder das Hören wieder sehr viel Spaß gemacht. Und dann, auch gehört, gesprochen von David Nathan, ich hab's im Hörgenuss-Video schon gesagt, ist der Anschlag von Stephen King. Ach, wahrscheinlich, also steht ja in meinen Top 3 der Stephen-King-Büchern, ähm, definitiv auf dem Podest. Ich kann mich auch zwischen den drei Büchern nicht entscheiden, aber der Anschlag ist schon, also es ist wirklich eine perfekte Geschichte. Gehört nicht nur unter den Kings zu meinen Lieblingsbüchern, ist definitiv ein Lese-, nein, ein Lebenslese-Highlight, so rum. Und ich mag diese Geschichte, die uns hier von Jack Epping erzählt wird, der in der Zeit zurückreist, der das Attentat auf Kennedy verhindern möchte. Der Roman hat so viel Historisches, so viel Echtes, er hat Politik, er hat aber auch Leben, er hat eine Liebesgeschichte, er hat, ja, so viel und ist einfach perfekt. Und ich liebe dieses Buch und ich liebe dieses Hörbuch, gesprochen von David Nathan. Ich habe das in einer Woche weggesuchtet, ähm, ja, das ist, ja, einfach großartig. Großes, großes Bücherkino. Beide Re-Reads haben mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Kommen wir zu meinen Vorsätzen des letzten Jahres. Ähm, ja, ich habe da schon ein bisschen was angesprochen. Zum einen, ja, den Sub auf 50 zu reduzieren. Da bin ich kläglich gescheitert. Eher ist er gestiegen als gesunken. Ja, passiert. Also ich mache mir da auch überhaupt keinen Kopf, gar keine Gedanken. Gibt viel Schlimmeres auf der Welt. Ich wollte weniger Neuerscheinungen lesen, ähm, äh, dafür auch Subbücher oder ältere Empfehlungen mal lesen. Ich, ja, 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 also ich, ja, es sind schon sehr viele Neuerscheinungen bei mir eingezogen. Und ich merke ja auch in der Rache des Sub, ähm, dass zumindest aus dem Jahr 2020 auch noch einiges ungelesen ist, was ich jetzt, ähm, ja, auf jeden Fall nachholen möchte, bevor wir dann ja schon in die Rache des Subs fürs 2021 gehen. Ähm, ja, aber ich würde sagen so, ja, nein, ähm, ich habe einiges gelesen oder auch aussortiert, was dann nicht so mein Fall war. Hatte aber auch Highlight-Bücher, wenn ich zum Beispiel an Insani denke von Kerstin Merkel. Das war ja wirklich eines der älteren Subbücher, was über drei Jahre hier war und das dann wirklich auch ein Highlight war. Also ich, das kann ich, glaube ich, nicht so zur Gänse komplett sagen. Da müsste ich mir aufschreiben, wann ist ein Buch eingezogen, wann wurde es gelesen. Und das rückblickend zu machen über drei, vier Jahre, wo vielleicht Subbücher noch da sind, das ist dann einfach nicht mehr möglich. Ähm, ich habe mir ja letztes Jahr keine Buchanzahl vorgenommen, fand aber, dass 150 realistisch ist. Und ja, im Grunde ist dieses Ziel erreicht, auch wenn ich, äh, ja, unterjährig nicht drauf gucke, äh, wie viele Bücher hast du bis jetzt gelesen? Kommst du auf diese zehn Bücher im Monat? Ähm, da habe ich überhaupt keinen Blick. Also ich, ich kann mich da weder mit motivieren noch demotivieren. Mir ist das unterjährig total egal. Ähm, ich sage mal so, ab November, wenn ich mich auch wirklich mit den Highlights beschäftige, dann werfe ich schon mal einen Blick auf die, auf die Gesamtsumme und denke, joa, sieht doch gut aus oder nicht. Natürlich merkt man auch schon jeden Monat, liest man gut oder nicht, aber es ist halt auch einfach überhaupt kein Wettbewerb. Ich stehe auch nicht im Wettbewerb mit mir selbst, äh, irgendeine Zahl zu erfüllen, die ich jetzt irgendwie gut finde. Ähm, weil bei dem, was in diesem Jahr so war, hätte ich dann nur 100, nur 100 Bücher gelesen. Ja, dann wäre das auch so gewesen. Also ich, ja, also ich, ich weiß auch gar nicht, ob man sich so eine Zahl irgendwie vornehmen soll. Wenn es einen motiviert und, ähm, das, das kenne ich durchaus, ähm, auch im Freundesbekanntenkreis, die sagen, ja, ich nehme mir jede Woche ein Buch vor und möchte dann im Monat vier gelesen haben. Und die dann wirklich so am letzten Wochenende da sitzen und das vierte Buch beenden, weil sie sagen, so, ich möchte das ja schaffen. Ähm, da freue ich mich für jeden, der sich motivieren kann. Ähm, ich hab, also, ich wüsste nicht, ob mich das motiviert oder ob es mich eher nervt, wenn ich mich selbst unter Druck setze bei einem Hobby. Das, also, ich werde ja auch nicht für die Seiten, die ich lese, bezahlt. Also ich, 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 ja, also sollte ich vielleicht mal, vielleicht sollte man das doch irgendwie zum Beruf machen, von Beruf Leser werden. Also das, ähm, ja. Ich meine, na klar, habe ich in diesem Jahr auch vier Bücher Test gelesen, ähm, wo ich zu teilen bezahlt werde. Ähm, aber da hat es ja auch nichts mit der Seitenzahl an und für sich zu tun, sondern eher mit dem Testlesen. Ähm, ja, also versteht ihr, wie ich meine? Es, es, es macht keinen Unterschied, ob man 50 Bücher liest, 100, 300, es ist vollkommen Wurst. Ähm, ich kenne auch Leute, die lesen pro Tag ein Buch, ähm, ja, also dann ist das halt so. Ähm, es ändert nichts, ne? Also, ja, von daher, ja, ich habe die 150 geschafft, aber eigentlich ohne etwas dazu beizutragen, so ganz bewusst, ne? Ja, jetzt zu den Vorsätzen für 2022. Wer schon länger auf meinem Kanal ist, weiß, dass es für mich keine Leselisten gibt. Es gibt, also ich, wenn ein Buch wirklich auf eine Liste schreibe, dann habe ich absolut keine Lust mehr drauf. Ich habe das Format vor drei, vier Jahren zwei, dreimal gedreht, habe dieses Want to Read gedreht, was ja viele Booktuber auch wirklich machen und ich bin da kläglich gescheitert. Ich hatte, just in dem Moment, wo dieses Buch auf einer Liste stand, keine Lust mehr drauf. Und ich habe das auch mal, das ist aber bestimmt auch schon drei, vier Jahre her, ich hatte mal so eine Re-Read-Leseliste, äh, wo ich Bücher aufgeschrieben habe, die ich gerne gere-readet hätte. Ich glaube, ich habe eins dieser Bücher in diesem Jahr gelesen. Ähm, es gibt bei mir keine Leseliste. Es gibt bei mir so gedanklich, aber ganz frei, lose, eine Re-Read-Liste. Es gibt so ein paar Kandidaten, die da in meinem Highlight-Regal stehen, wo ich denke, ach ja, auf die Geschichte hättest du vielleicht mal wieder Lust. Aber ich versuche das gar nicht auszusprechen, ähm, weil ich dann, also ich weiß, ich weiß, wie ich bin. Also mich demotivieren Leselisten, ich kann nicht erklären, warum. Ähm, ich finde es schön für jeden, der eine Leseliste hat und die abarbeiten kann. Ähm, das funktioniert für mich überhaupt nicht und, ähm, ja, vielleicht geht es dem einen oder anderen auch so. Das würde mich sehr beruhigen. Ähm, ja, also dementsprechend habe ich keine Leselisten, ich habe keine Re-Read-Listen. Ich werde keine Challenge irgendwie in irgendeiner Art machen, wo ich mir vorher Bücher festlege, weil es würde einfach nicht funktionieren. Also bei mir gibt es auch keine 22 für 22, es gibt keine 12 für 22, sowas gibt es nicht. Ich, ich, ja, ich würde das super gerne machen. Ähm, was ganz gut funktioniert hat, waren die beiden Pick-My-Subs in diesem Jahr, sowohl mit Christine als auch mit den Kingsianern. Ähm, das hat super funktioniert. Ich glaube, weil andere diese Leselisten für mich gestaltet haben. Ähm, würde ich auch in diesem Jahr tatsächlich gerne ein, zwei Mal wieder machen. Mal gucken, wer sich da vielleicht ein bisschen findet. Vielleicht machen wir das ja auch bei den Kingsianern irgendwie Ende des Jahres nochmal. Ähm, aber, äh, weil ich das ganz schön finde, weil natürlich andere Leute anders auf den eigenen Sub blicken. Und ich glaube, deswegen hat dieses Pick-My-Sub auch so gut funktioniert. Also einfach, wenn man vor dem Regal stand und dachte, so, auf was habe ich jetzt Lust? Dann nochmal einen Blick auf die Liste. Ach ja, das und das Buch, da gefällt mir jetzt, was auf der Liste steht, das nehme ich. Also das hat tatsächlich ganz gut funktioniert. Also vielleicht müssen es einfach andere dann auswählen. Mein Ziel wäre, mehr zu lesen, als ich kaufe. Also das würde ich gerne ein bisschen im Blick behalten. Jetzt wahrscheinlich nicht im Januar. Ähm, aber würde ich mir dann doch so ein bisschen fürs Jahr vornehmen, einen Blick auf die gelesenen Bücher zu haben und zu sagen, so viel mehr sollte vielleicht nicht einziehen, als ich dann tatsächlich gelesen habe. Das kann man natürlich schlecht steuern, weil man ja Mitte des Monats noch nicht weiß, wie viele Bücher wird man vielleicht lesen. Aber wenn ich jetzt weiß, dass ich vielleicht im Durchschnitt immer so, wie viel waren es, 15 Bücher? Ja, im Monat lese, lassen wir es vielleicht tatsächlich irgendwie was zwischen 12 und 13 im Monat sein. Ähm, dann kann man natürlich seine Neuzugänge auch ein bisschen steuern. Ähm, auch einfach vor dem Hintergrund muss ich denn wirklich jedes Buch immer gleich da haben. Ähm, ja, Tauschticket macht es da manchmal nicht so einfach, weil wenn man da ein Wunschlistenbuch sieht, denkt man, ach ja, jetzt ist es gerade verfügbar. Ähm, finde ich fast noch ein bisschen schwieriger als Neuerscheinungen, aber ich möchte da ein bisschen drauf achten, dass ich einfach mehr lese, als ich kaufe. Ähm, ich möchte auch mehr digital lesen und hören, als haptisch im Regal stehen haben, was einfach auch mit dem Platz zu tun hat. Also das Regal hinter mir ist ja, hier hätte man noch ein bisschen Platz für Subbücher. Also das ist ja so, ich sag mal, so ein bisschen Subregal, aber auch durchaus so Sachbuch, Reisen und hier oben natürlich sowieso die Highlights. Ähm, sonst stehen die gelesenen Highlight-Bücher ja in dem anderen Regal. Ähm, das ist, ja, also ich möchte schon versuchen, ein bisschen weniger haptische Bücher zu kaufen, eher tatsächlich zu sagen, ich lese es als E-Book, höre es als Hörbuch und wenn es dann wirklich das Highlight schlechthin ist, dann wird es eher einfach nochmal nachgekauft. Das wird nicht immer klappen, weil man hat natürlich Highlight-Kandidaten im Kopf und die kauft man sich natürlich dann auch in echt oder auch bei Tauschticket oder wenn man dann bei den gebrauchten Büchern unterwegs ist oder im Buchschrank oder Freunde einem Bücher schenken, da sagt man dann natürlich, nein, ich will das E-Book, weil natürlich ein Freundesgeschenk zum Beispiel schöner ist, wenn man das in der Hand hat und das dann eben auch einfach mit dem Freund verbindet. Ähm, aber es ist natürlich schon ein Platzthema. Ähm, ich bin jemand, der auch bei den Highlights immer mal ausmistet, aber man muss ja auch mal über die Ressourcen vielleicht nachdenken. Wollen wir über die Nachhaltigkeitsschiene vielleicht gehen? Aber, ähm, ja, ich, ja. Ähm, mal gucken, wie das so klappt. Ich fand das 50-50 dieses Jahr gar nicht so schlecht. Es ist auf jeden Fall ein bisschen steigerbar, was die digitalen Bücher sozusagen angeht. Ich möchte mit dem Sub theoretisch, ich fasse dieses Ziel auf 50 runter. So ein bisschen ein Ziel, ein bisschen Challenge, muss man sich ja machen. Ähm, ich glaube aber nicht, dass ich fast 50 Bücher mehr lese, als bei mir einziehen wird. Das ist schon fast utopisch. Das sind ja vier Bücher, die ich im Monat mehr lesen müsste, als ich mir zulege. Ähm, vielleicht muss ich ein bisschen aussortieren. Vielleicht muss ich im Sub einfach auch mal ein bisschen rigoroser aussortieren, anlesen, vielleicht wirklich mal so ein Monat-Gefühl-Trial-Chapter machen und gucken, wo bleibt man hängen oder wo auch nicht. Ähm, mal sehen. Ähm, ja, Trial-Chapter, ich habe es vorhin auch schon mal angesprochen. Ähm, ich möchte das tatsächlich auch ein bisschen mehr nutzen, um öfter mal in Leseproben zu schauen. Äh, weil ich glaube, der ein oder andere Flop wäre dadurch vermeidbar gewesen, wenn man einfach so ein bisschen merkt, oh, ist der Stil was oder ist er eher nicht so meins. Ähm, ja, 50 steht im Raum. Ich fände schon schön, wenn er nicht über die 100 kommt. Also, wobei, jetzt relativiere ich meine eigene Aufgabe. Nein, ich möchte 50 Bücher auf dem Sub haben zum Jahresende. An irgendwas müssen wir mich ja dann nächstes Jahr ein bisschen festnageln. Ich, ähm, nehme mir, wie auch eigentlich im letzten Jahr, äh, keine Buchanzahl vor. Ich, ich glaube aber schon, dass die 150, äh, realistisch und machbar ist. Ähm, ja, vor allem, weil ich auch einfach glaube, dass man, dass man, was die Pandemie angeht, ähm, noch nicht groß, viele Reisen, Städtetouren und so weiter wahrscheinlich machen wird. Ähm, und dementsprechend, ja, glaube ich, ist das realistisch. Äh, so drei Bücher pro Woche, ähm, ja, das denke ich, ist machbar und nehme ich mir da auch wieder vor. Und dann so ein bisschen ein, ähm, ja, Vorsatz, den ich, ähm, gerne ein bisschen enger ziehen möchte. Ich hatte mir für dieses Jahr so indirekt ein bisschen vorgenommen, ein bisschen mehr in Englisch wiederzulesen. Ähm, das hat nicht ganz so gut geklappt. Ähm, ich möchte mir so fürs nächste Jahr ein bisschen vornehmen, so jeden Tag, jeden Tag, nein, jeden Monat ein englisches Buch, äh, vorzulesen. Ähm, ich habe noch ein, ähm, englisches, äh, Kinderbuch im Grunde hier, was ich mir wegen, ähm, ähm, also, weil es dann auch angezeigt wurde, bei The Haunting of Evelyn Jones, irgendwas mit einem Haus am Ende der Klippen, es muss irgendwo da hinten stehen. Ähm, ja, das liegt auf dem Sub, das würde ich mir gerne für den Januar vornehmen. Und ich möchte auch Evelyn Jones auf jeden Fall weiterlesen. Und, äh, tatsächlich möchte ich bei Neuerscheinungen, die ich vielleicht entdecke, ähm, tatsächlich immer mal gucken, gibt es das in Englisch? Ist das E-Book vielleicht auch günstiger? Und so weiter. Und, äh, dann vielleicht tatsächlich, ähm, gerade bei Jugendbüchern, ähm, einfach das dann auch in Englisch lesen. Also, Ziel wäre so, äh, ein Buch im Monat, bei mehr wäre natürlich super, ähm, vielleicht gleicht man das dann auch einfach mal mit einem anderen Monat aus, aber das wird dann im Grunde nächstes Jahr auf jeden Fall, oder dieses Jahr auf jeden Fall in die Statistik mit einfließen. Und, äh, ja, mein Gedanke zu Harry Potter wäre ja auch beim nächsten Mal, ähm, was jetzt wahrscheinlich nicht 22 sein wird, sondern 23, ähm, dann vielleicht auch mal zu den englischen Büchern wiederzugreifen, die ja auch hier oben irgendwie stehen. Ähm, ja, ich habe früher mehr in Englisch gelesen, ähm, tatsächlich ja auch zum Beispiel, äh, das Lied von Eis und Feuer in Englisch gelesen. Ähm, also das, das, das ging früher auf jeden Fall besser, auch was, ähm, ja, Erwachsenen-High-Fantasy angeht. Ähm, ja, ich bin da irgendwie ein bisschen rausgekommen und möchte da auf jeden Fall ein bisschen reinkommen. Ähm, und, ja, jetzt ist das, glaube ich, ein relativ langes Video geworden mit ganz viel Statistik, ganz viel Zahlen, mit Vorsätzen, Flops. Und, ja, es war irgendwie ein, ein, ein merkwürdiges Jahr. Ähm, das zweite Jahr sozusagen ja auch ein bisschen mit, ein bisschen mit der Pandemie. Ähm, es war trotz der Schwierigkeiten und der nicht so schönen Dinge in diesem Jahr, gab es aber natürlich auch Highlights in diesem Jahr, wenn ich da an meinen Ägyptenurlaub denke, wenn ich an das Max-Giesinger-Konzert denke, wenn ich an Dune im Kino denke, und das ist natürlich nur so ein kleines Highlight, aber es war wirklich ein Highlight. Ähm, ja, also es gab schon auch einige Schönes. Man vermisst natürlich auch Dinge, ähm, sei es Buchmessen, also es gab dieses Jahr oder letztes Jahr auch keine Leipziger Buchmesse. Wer weiß, ob das im März diesen Jahres stattfinden kann. Ich bin da auch noch sehr hin- und hergerissen, ähm, ob man das plant oder eher nicht oder spontan oder wie auch immer. Ähm, ich weiß noch nicht, ob es dieses Jahr eine Reise geben wird, weil ich für 23 eine sehr große, weite Reise geplant habe. Möchte das gar nicht so laut aussprechen, weil, ja, man auch nicht weiß, was in dem Jahr irgendwie so ist. Ähm, aber, ja, mal gucken, was dieses Jahr so bringt. Ich hoffe, wieder ein paar schöne Begegnungen. Ich, ähm, freue mich auf Highlights, die, auf Hangouts, die dieses Jahr stattfinden werden. Also egal, ob es der regelmäßige Hangout mit Anka und Becky ist, mit den Kingsianern, ähm, vielleicht auch mal einfach zu anderen Themen, Hangouts. Also, ähm, ja, das ist was, was ich super gerne mache. Und, ähm, ja, ein Jahr geht vorbei. Ähm, für euch ist es ja schon rum. Ähm, ich stehe davor. Und, ähm, ja, eigentlich, ja, möchte ich gar nicht sagen, es soll besser werden. Ich würde erst tatsächlich ein bisschen pessimistischer dieses Jahr, ähm, tätulieren und sagen, es soll nicht so schlimm werden, so persönlich, wie für mich, äh, 2021 war. Ähm, ja, also ich, letztes Jahr hat man ja gesagt, das ist so schlimm wie 2020, kann 2021 gar nicht werden. Ähm, ja. Ha, ja, aber ich bin ein Optimist. Ich, ich, ähm, glaube, ich habe schon eine sehr, sehr optimistische Grundeinstellung. Ich bin ein sehr lebensfroher Mensch und, ähm, das hilft natürlich an, an vielen Stellen, dass man das von Grund auf ist und auch Werkzeuge kennt, die man eben nicht erst anfängt, wenn man eigentlich in, in so einem Loch, in so einem Tief ist. Und jetzt wird das total philosophisch. Ähm, ja, das, 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 ähm, ja. Ja. Ich glaube, wir beenden diesen Jahresrückblick jetzt, bevor er irgendwie, äh, ja, noch schlimmer wird. Ähm, ähm, äh, oder trauriger oder deprimierender, nein. Wir gucken positiv in die Zukunft, ähm, 2022, das Jahr besteht bis auf eine Null, nur aus Zweien. Es kann doch eigentlich nur gut werden, ähm, und dementsprechend, ähm, ja, wollen wir einfach hoffen, dass das ein tolles Jahr wird, ein schönes Jahr wird, ähm, und, ähm, ja, dass wir da schöne Begegnungen haben, tolle Bücher haben, ähm, tolle Videos, ähm, wunderbare, private Dinge. Und, ähm, ja, ich bin super neugierig, ob ihr Statistik führt, wie eure Statistik aussieht, wie viele Bücher ihr gelesen habt, ob mehr gelesen als gekauft oder umgekehrt. Lasst mich das super gerne in den Kommentaren wissen. Ich weiß, das Video hat jetzt definitiv sehr lange gedauert, aber ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, äh, damit und habt euch vielleicht auch mit einem Kaffee ein bisschen, ähm, zurückgelehnt und das auch einfach genossen. Und, ähm, ja, hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Also, ich mag Statistiken, ich gucke das auch bei anderen super gerne und, ähm, hab eben auch selbst gerne zurückgeblickt in, in, in meiner Statistik. Und, ähm, 185 Bücher, das ist natürlich schon, ja, das ist so die allumfassende Zahl, die da so im Raum steht. Das ist natürlich schon fast zu viel des Guten, oder? Ja, also lasst uns gerne in den Kommentaren ein bisschen austauschen, vielleicht auch mit euren Zielen, äh, wie ihr die für 2021 erreicht habt oder was ihr euch für 2022 vornehmt, sehr, sehr gerne unten in die Kommentare, würde ich mich sehr freuen. Ich danke euch fürs Zusehen, für dieses wunderbare YouTube-Jahr und in 2022 habe ich ja 10-jähriges Jubiläum, also es ist auch echt verrückt, ähm, mal sehen, was wir uns da so ein bisschen einfallen lassen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch einen wunderbaren Start in 2022 und, ähm, ja, hoffe, ihr hattet Spaß und begleitet mich auch im neuen Jahr, äh, wieder bei den Videos, ähm, ja, wünsche euch jetzt einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein wunderbares Wochenende, einen guten Start ins neue Jahr und lasst es euch gut gehen bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.